Guten Morgen, Schatz. Guten Morgen. Wie geht's dir heute? Gut. Wie geht's dir? Ach. Was ist denn los? Ich könnte ein wenig mehr Farbe in unserem Leben vertragen. Aha. Du nicht? Ja, doch ein wenig mehr Farbe täte auch unserem Sexleben bestimmt nicht schlecht. Das denke ich auch. Gestern habe ich gelesen, dass es TV Noir auch in Farbe gibt. Ja? Auf welchem Sender denn? Na, man muss einfach live dorthin gehen. Ach so. Ich weiß nicht. Und was machen wir mit den Kindern? Na, komm schon. Den einen Abend kann die Oma aufpassen. Na, wenn du meinst. Wer ist denn dieses Mal zu Gast? Ich glaube, Klesi und Tolle Schulz. Was? Das ist ja irre. Na, dann nichts wie los. Haben wir denn schon Karten? Nein, aber die kann man sich ganz leicht im Internet besorgen und einfach ausdrucken. Ja, das ist cool. Das machen wir. Ja, das ist ja nicht. Vielen Dank.